Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar geht es, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon lesen könnt, um eine kleine Übung für mich und ein bisschen Unterhaltung für euch. Und zwar ein Full Custom Viewer Game Stream. Das was manchmal schon jetzt in letzter Zeit gefragt wurde und zwar halt wirklich Custom Games, also 5 gegen 5 Viewer, also 10 Viewer gegeneinander. Und ja, 10 Viewer ohne mich, denn ich werde versuchen das Ganze zu casten, also zu kommentieren, live dabei sein und hoffentlich euch die Birne aus dem Kopf labern und einfach schreien vielleicht auch, wenn ich mich gut einstelle, mal sehen. Ich hoffe, das wird echt gut. Ich will mich einfach wirklich verbessern, was Carsten angeht und sowas. Ich will einfach das Kommentieren von dem Spiel anderer, auch ein bisschen lernen bzw. wirklich verbessern. Ich will da einfach üben, will das jetzt vermutlich öfter machen, mal sehen, wie oft wir das machen können, je nachdem wie es auch ankommt. Ich bitte euch darum einfach wirklich, alle die Bock drauf haben, schaut einfach vorbei. Auf meinem Twitch-Kanal, den habt ihr jetzt hier nochmal und der Link ist natürlich auch unten. Co-Casten wird hoffentlich der gute John Knacker, wenn ihr ihn nicht kennt, der Link ist auch unten in der Beschreibung zu seinem Twitch- und YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, der macht so ein bisschen Montages auf YouTube so ein bisschen und ist dann quasi mein Co-Caster und für den High-Elo-Stuff verantwortlich, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, das Ganze wird echt gut. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich hoffe, es sind super viele da. Wir können einfach einen guten Samstag genießen. Losgehen wird das Ganze um 14 Uhr. Fängt das Stream an und ich hoffe, also 14.30 Uhr können wir das erste Game machen oder so. Dann sind hoffentlich genug da. Wir können einfach eine gute Zeit haben. Ich weiß nicht, wie lange es gehen wird, je nachdem wie der Andrang ist. Deswegen kommt einfach zu Hauf, bringt Freunde mit, bringt eure Teamkollegen mit. Von mir aus könnt ihr auch als ganzes Team antreten, wenn ihr wollt. Elo-Technisch müssen wir gucken, wie wir das Ganze ein bisschen balancieren können. Wenn ihr ein ganzes Team seid, wird es natürlich ein bisschen schwer dann gegen andere Leute. Aber mal schauen. Deswegen bringt so viele mit, wie ihr könnt. Wir wollen einfach einen guten Nachmittag haben, wollen einfach ein bisschen zusammen zocken. Vielleicht machen wir dann halt zum Ausgang oder so machen wir auch noch so Viewer-Games, wo ich mitmache oder so was. Mal sehen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich habe wahnsinnig Bock drauf. Morgen 14.30 Uhr ist dann das erste Game auf meinem Twitch-Kanal. Ich hoffe, ihr seid dabei. Verbreitet das Wort Spread the Word. Und ja, lasst einfach mitmachen. Gebt mir gerne auch Tipps, wenn ihr schon kommentiert, gecastet habt oder so. Bin ich auch sehr dankbar dafür natürlich und werde versuchen, einfach das Beste daraus zu holen und mich einfach zu verbessern. Das wird jetzt hoffentlich eine regelmäßige Veranstaltung, sagen wir es mal so. Mit vielleicht auch rotierenden Co-Castern oder so. Mal sehen. Ich habe wahnsinnig Bock drauf. Das Ganze hat schon viel zu lange gedauert. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Haut rein, Leute. Habt noch einen schönen Freitag. Und ihr seid nicht am Start, Leute. Morgen 14.00 Uhr. Ihr seid ja alle da. Spätestens 14.00 Uhr. Zwei. Ihr seid ja alle da. Ich hoffe, wir haben eine gute Zeit. Ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen dann wieder. Und ich sage, bis dahin.